Ich muss dir gleich wieder ein Mädchen reinhauen. Nur zu, reicht er noch? Nein, nicht für die nächsten zwei Schläger, die vielleicht kommen, wenn nur die gegenüberliegende Tür rauscht. Sonst sagt's irgendein... Zwei Schläger, die schaffe ich. Hab ich nicht gesagt, die schaffe ich? Wo ist der andere? Ich glaube, ich habe ein kleines Medikinktober sehen. Also mal gucken, ob der hier was verloren hat. Ich glaube, den habe ich nämlich nicht überprüft. Aber ihn hier nicht. Obachter, ist übrigens ein zweiter Schläger. Oder ist es ein Ballermann? Ich habe doch nicht gerade irgendwo was laufen sehen. Das kann's ja nicht sein. Ja, ich bin tot. Hau dir doch mal einen Medik rein. Das reicht doch. Nicht, wenn er auf der anderen Seite im Huhn schießt, wenn er totkommt. Er kommt glaube ich erst sobald du wieder rüber willst. Oder sobald du die beiden Schläger erledigst. Weiß nicht so genau. Ich glaube auch nicht sobald ich mir auch mal eins rein, obwohl ich es nicht brauche. Dafür, dass ich jetzt ein großes reingehauen habe, hole ich mir das große von da hinten. Ich sehe ihn. Na, das ist gerade auf dem Weg. Da ist er doch. Hey, der Dreckskerl schießt auf dich. Ja, na, leider komme ich mit einem Gewehr nicht so besonders weit. Nein, dazu braucht man ein paar Pistolen. Es ist das einzig blöde am Gewehr, die Reichweite. Ich finde gerne ein 16 herrlich, weil die hat die weiteste Reichweite von allen Wochen im Spiel. Mit der kann man teilweise in richtig schöne Entfernungen schießen. Das ist wirklich herrlich. Hättest du nur sagen können, dass da Steine kommen. Hatte ich vergessen. Ja. Aber sie haben sich erwischt. Ja, ich sehe es, dass sie mich nicht erwischt haben. Für gewöhnlich löst man die auch etwas anders aus. Man stellt sich nämlich da hoch und springt genau an der Lücke drüber. Sie löst mit ihnen nämlich für gewöhnlich aus. Das ist keine mehr, das waren die Einzigen. So, wohin muss ich jetzt? Hier. Ich glaube... Ah ja, im Moment, das ist noch gespeichert. Ich bin vielleicht ein Profi hier. Obwohl, aus spiele ich zwar gerne, aber so kannst du mein Level nicht mehr. Jetzt kannst du hier gleich mal Säcke auslösen gehen. Da müssten ein paar Säcke kommen. Genau. Kommt dein Sonntag geflogen. Stimmt? Kommt dein Sonntag geflogen. Ah ja. Nein, da kommt man so nicht hoch. Das weiß ich. Ich weiß, wie man da hochkommt. Das ist sehr, dass noch ein paar Türen und noch ein paar Schalter. Ah ja, klar. Schön. Ah, jetzt weiß ich auch, glaube ich, wieder wohin. Gerade außer für die Bühne in den Raum gegenüber. Und da müsste ein Hebelbrennen sein. Und jetzt machen wir nämlich auch den hier auf. Genau. Jetzt, ich denke, wir haben zu sehen, wo es lang geht. Ja, aus dem zweiten Mal habe ich aufgepasst. Genau da gehen wir jetzt an. Ey. Ich will schlafen. Hm. Aber irgendwie wollen wir auch spielen, gell? Oh mein Gott. Ey, nie wieder so lange aus, ey. Jetzt dann der Rüber. Und dafür haben wir nämlich vorhin den Sack ausgenöst, das uns der mal voller schlagen würde. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Ich habe hier oben gespeichert. Weil ich mir irgendwie dachte, ich mache gleich einen dummen Fehler. Jetzt müssen wir auch wieder, wie es weiter geht. Wenn ich hier gerade so auf dem Fenster schaue, sehe ich, dass es heute Nacht ein bisschen geschneit haben muss. Ich sitze im Keller. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es geschneit hat oder nicht. Wenn ich auf dem Fenster gucke, dann sehe ich Rasen. Ja. Der gute Felix ist ein Kellerkind. Wenn ich es bald irgendwelche blöden Witze in den Kommentaren stehen, echt, ich. Weiß nicht, was ich tun werde. Ich glaube, ich lasse sie da stehen und schreibe hin. Ja, man hat es erfasst, ey. Irgendwie so ein Müll. Ich. Ich warne vor, ich lasse mich nicht fertig machen. Da hat man schon häufig versucht. Ich hatte auch schon eine Depression. Ich habe Namen. Es reicht. Das reicht. So, Problem gelöst. Jeder, der zu hören möchte, der weiß es jetzt. Jeder, der es nicht hören möchte. Fechkab, jetzt hat das gehört. Ja, ich bin gerade drin. Ich habe jetzt seit einem neuen Rechner. Man muss das echt besser mit dem Zugucken. Es ist zwar manchmal ein bisschen am hängen, aber es geht viel besser als du mir. Ja, ich weiß. So ein neuer Rechner ist doch echt... Sag ich nicht einfach. Du brauchst ja nicht mal richtig an dem Sack vorbei. Ich mache es aber gerne ordentlich. Du hast mich da drüben mal ein paar Säcke runterfallen lassen. Obacht, unten steht noch ein Schütze, der manchmal ganz gerne ein bisschen an auf die Nerven fällt und ein bisschen rumzickt. Miran, ich muss da ins Loch, ne? Hm? Ich muss da ins... Hier springen. So, ich probiere mal wieder was aus. Ich bin ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Nichts so funktioniert, wie ich es gerne wollte, aber es hat funktioniert. Genau. Und ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Jetzt bin ich echt wieder da. Ich werde hier nicht wegschwimmen. So. Chill ich mal ne Runde. Ich werde hier nicht wegschwimmen. Schwimmen wir hier mal ein bisschen rum. So. Wieder mal schönes dunkles Wasserbächchen. Schaltplatte. Ich glaube, da müssen wir später hoch. Warte ich mit. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Drache. Von dem ich mal wieder nichts weiß. Ey. Ja, ist blöd. Wenn man die alte Tasse drückt zum Schwimmen, aber dann wieder hüpft. Nee. Hier haben wir einen Schalter. Den drücke ich einfach mal. Ja. Ah, ja. Vielen Dank.